Nein! Ach, nöö. Ach, jetzt ehrlich? Oh, nöö. Ja. Ich hab keine Lust mehr. Nö, immer kein Spaß mehr. Hallöchen, Janitz, was geht bei dir? Janitz. Boah, das ist aber jetzt blöd gelaufen. Kann mal einer das Spiel umändern auf Towschool initiative? Zu, äh... Wie heißt das Spiel? Ähm... Irgendwie so heißt das Spiel. Äh... Irgendwas mit Skull. Amber Skull. Amber Amber Skull. Also von den Mods natürlich, bitte. Wir müssen gleich da reinlaufen. Jetzt. Jetzt, genau. Ich kann das Spiel schon auswendig, Leute. Es ist ja... Wenn man einmal weiß, wie es geht, ist ja auch nicht so schwer. Aber so zum ersten Mal Sachen zu erleben, ist schon nicht ganz so geil. Hi. Ja, ja, dann spricht man es auch schon mal. Hast du das schon längst gemacht? Ach, Glenn. Die Kompetenz der Mods ist höher als erwartet. Äh, da lang, ne? Ja. Okay. Los geht's, weiter geht's. Da. Los geht's. Okay. Äh... Ähm... Ähm... Ich hab mich verlaufen, Leute. Ich hab mich verlaufen. Warte mal, da war das? Mir geht's super. Wie geht's dir denn so? Ich hab mich nur gerade verlaufen in der Kälte. Da. Jetzt weiter, okay. Ohne paar Danger, ohne paar, ohne paar... Irgendwo jetzt... Tschüss! Haus herein! Ja. Achso, die Tür geht automatisch zu quasi, wenn das Vieh in der Nähe ist. Boah, ich bekomme immer einen Schock, ne? Der weiß ist unfassbar. Ja, das Ding gibt schnell auf, hat aber auch wahrscheinlich einfach zu wenig Hunger noch. Oder zu viel. Hier ist immer so ein bisschen, äh, Reise nach Jerusalem. Quasi so, so ein bisschen. Pass mal auf, so. Und? Wann geht's? Wann geht's zu? Wann geht's aus, die Musik? Hopp! Und rein da. Okay. Erster. Oh, gewonnen. Okay. Aber wie komme ich weg von hier? Da lang? Ich habe die Orientierung verloren, weil ich mal wieder... Ja. Alles okay, soweit. Alles okay, soweit. Ich habe die Orientierung verloren, Leute. Aber komplett... Es ging doch eben besser, warum denn jetzt nicht mehr? Oh, da geht's weiter. Okay, ich orientiere mich daran. Einfach nur so lang laufen, okay? Okay. Gefunden! Okay. Kurz stehen bleiben, erholen. Wir gehen nochmal rückwärts. Geh nochmal den Weg lang. Okay. Alles ist gut, Leute. Alles ist gut. Ich glaube, wir hängen hier zu lange dran. Wir hätten schon längst beim zweiten sein müssen. Wie schaffe ich das immer? Ich meine, es ist ja ganz gut. Dann gebe ich weniger Geld aus für Spiele. Weil ich für Spiele zu lange brauche. Hat ja auch seinen guten Aspekt, wenn man doof ist. Ist ja nicht immer alles schlecht sofort. Okay. Letzte Route. Wir können ja schon mal grob in die Richtung. Wir müssen da lang laufen, wegen dem Vieh. Und gleich kommt es von hinten. Ja, Leute? Nicht vergessen, gleich kommt er von hinten. Also laufen wir einfach geradeaus lang. Okay. Laufen da so lang? Okay. Das war ein Stein, der da runtergekommen ist. Ein Stein. Nein. Oh Gott. Dankeschön, Ladris. Für 4 Euro. Ein paar Seten mehr und eine andere Spendungshandler aktiviert gewesen. Aber dankeschön, der 4,67 Euro. Moin. Hättest du vielleicht mal wieder Lust, Pokémon zu let's playen? Habe schwarze Edition damals mega enjoyed. Schwarze Edition habe ich gespielt? Ja? War das die schwarze? Pokémon ist auf meiner Agenda, um ehrlich zu sein. Habe ich auch mega Bock drauf. Die Frage ist nur, äh, wann? Zeitlich so unfassbar schwierig. Kurz konzentrieren, Leute. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut, Leute. Alles gut. Gleich einfach nur nach geradeaus laufen. Gleich einfach nur nach geradeaus laufen. Meine CPU kostet nicht 220.000 Euro gebraucht. Nein. Okay. Gleich kommt das Feed. Wir müssen, so schnell es geht's... Jetzt! Lauf, mein Freund! Ich glaube, es war die schwarze Edition da. Das hast du schon recht. Es war die schwarze Edition, ja. Ich habe Bock, wieder mal Pokémon zu spielen. Ich glaube, einfach, dass Amazon da ziemlich rumlügt, weil einfach keine Version mehr verfügbar ist oder so. Leute, wir können da raufklicken. Ich kann nix tun. Ich kann nix tun. Level 1 completed. Ich bin rei, weil ich's cuz ich bin. Ich glaube, ich würde... ...hooper ja. Denn ich bin rei. Chlob. Also... Ich bin rei. ... Okay, schön. Damit haben wir Blizzard erfolgreich überstanden und müssen jetzt bei Amber Skull in die VRS 2 reingucken. Und zwar The Forest. Ja, laden. Jetzt gucken wir mal, ob wir das machen werden irgendwann. Wenn du Bock drauf hast, kann ich es mir gerne überlegen. Mal gucken, ob wir da mal jetzt spielen. Mal gucken. So, stay in the light, Leute. Wir müssen im Licht bleiben. Stay in the light. Stay in the light. Ah, 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 stay in the light. Oh Gott. The Forest. Okay. Okay. Nein. Oh fuck. Alter. Okay. Haula. Die Waldfee. Die Forestfee. Wir müssen im Licht bleiben. Ich merke das schon. Also das geht langsam aber sicher aus, oder wie? Also wenn ich so mache, ist es automatisch aus, meine Fackel. Okay, wir laufen mal. Er kann doch damit rechnen, dass wir einfach immer laufen müssen, so. Ich dachte so ganz gemütlich. Einfach mal ein bisschen herumlaufen, so. Ah, es ist dauerhaft an, ist das Ding. Okay, es ist schon mal gut. Okay. Kann ich neu anzünden? Okay, geht. Oh mein Gott. Oh fuck. Shit, Alter. Einer hat Spiel, ne? Wir müssen uns hier entscheiden für zwei Wege. Einer ist richtig, der andere ist falsch. Okay. Okay. Ah, weg, 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 weg. Schnell, schnell. Lauf doch. Okay, beide sind falsch. Okay. Ja, es sind... Ja. Wäre das Spiel von euch programmiert, wäre es genau so. Oh mein Gott. Schnell zurück. Ich mag diese Minigames hier bei dem Horrorspiel. Das ist eigentlich ganz lustig irgendwie. Los, 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 los. Lauf, lauf, lauf. Ich muss zurück, ich kann nicht mehr sprinten. Okay, wir müssen mal kurz hier verweilen, Leute. Okay. Okay. Und jetzt. Einmal noch und loslaufen. Lauf um dein Leben, denn es ist kurz. Lauf um dein Leben oder furz. Ah, da. Perfekt. Okay. Äh, Leute, wo lang sollen wir? Da ist Wasser oder so. Und hier? Okay. Okay. Ich weiß nicht so recht, wo ich lang soll. Ich muss mal kurz mich regenerieren. Immer zum Licht. Ansonsten weiß ich auch nichts. Okay. Immer zum Licht. Das ist eine gute Idee. Wir gehen jetzt mal immer zum Wasser. Ah, da ist Licht. Schön. Was ist da? Oh, da muss ich rüber oder was? Ja, du mich aber auch. Niemals im Leben, oder? Ne, ich wollte schon gerade sagen. Übers Wasser. Gehe ich doch nicht rüber, ey. Wie sehe ich aus? Wie ein Wasserläufer? Ich laufe, das ist, mein Gefühl sagt mir da. Und mein Gefühl trügt mich. Oh Gott. Mein Gefühl sagt mir hier. Oh Gott. Zurück, zurück. Sprinze. Ey, wie wenig der auch sprinten kann. Er hat einfach gar nichts. Er hat einfach überhaupt nichts in den Füßen. So. Ah, ja. Ach nö. Nicht nur wieder eine Brücke hier. Über sieben Brücken musst du gehen. Ey, wenn wir gleich sterben sollten. Ich verfluche dieses Spiel. Und euch auch. Man kann den Pups auch anzünden. Dann hat er automatisch schlecht stimmen. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Er kennt sich ja mit außen. Und er hat es schon oft probiert wahrscheinlich. Oh Gott. Falsche Richtung. Also im Prinzip, wenn man einmal weiß, wie es hier geht, ist es ja auch gar nicht mehr so schlimm. Fühlen da eigentlich alle Wege nach Rom? Oder nur einer? Ich habe das Gefühl, das würden hier mehrere Wege zum Ziel führen. Da liegen. Das kann ich vielleicht anzünden, so lagerfeuermäßig. Ich bin Instagram geschickt. Okay. Sieht man das da? Bei Instagram? Und zurück. Und zurück. Und zu. Ich habe so Angst, wenn wir hier einmal sterben. Ich schwöre euch. Wenn wir hier einmal sterben, dann war es das. Das wäre nicht gut. Okay. Weiter geht's. Los geht's. Okay. Oh nein. Ah! Fucking. Steine. Oh Gott. Oh mein Gott. Die haben schon Geräusche gemacht. Fuck it. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird es sportlich, glaube ich. Sportlich. Lauf doch. Ey, die... Die Wege werden immer länger, ne? Unfassbar. Immer zum Aufstehen bei dem Pups anzünden. Wer macht's nicht. Okay, los geht's. Rechts oder links? Kurz regenerieren. Ich habe so kauft Pizza gerade, ne? Ey, Pizza wäre jetzt geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich habe so Angst, hier einmal falsch abzubiegen. Dann ist am Ende einfach alles still und dunkel. Und dann hat man den Salat. Okay. Aber das Spiel ist lustig. Lory ist unterwegs heute. Die ist heute mal unterwegs. Mit Menschen. Äh, da passiert wieder irgendwas, ne? Ach, hier sind wir im Kreis gelaufen? Ach ja, im Kreis sind wir gelaufen. Das ist ja auch schön. Jetzt fängt es auch nochmal an, dass wir hier, äh, auch noch im Kreis rumlaufen. Also nochmal. Wir müssen mal gucken, dass wir eher so ein Dreieck machen und keinen Kreis. Ich meine, da kommen wir auch wieder von vorne an. Ich glaube, bei jeder geometrischen Figur kommt man immer wieder am Anfang aus. Außer bei einer Sinuskurve vielleicht. Ah, das kann man anzünden. Hängst du schief? Und jetzt kommt Ocean, liebe Leute. Eine Sache, von der ich nicht guter Dinge bin. Ich weiß nicht, Ocean ist eher so nicht so geil. Aber, hold, signal, collect. Was? Halte-Signal-Kollektion. Meine neue Kollektion, Leute. Okay. Wir haben ein... Oh Gott. Wir haben ein grünes Signal. Das ist so ein bisschen Silent Hill 2 gerade auch, finde ich. Wir müssen auch mal Silent Hill 2 spielen, Leute. Oh, da ist ein Signal. Können wir auch boosten oder so? Tschüss, Foxy. Mach's gut. Da ist ein Bo hier. Und dann ist es aus. Geht's da wieder an? Ach, wir bleiben stehen, wenn wir... Mach doch... An. Ich bekomme es nicht mehr an. Ja, es war doch an gerade. Nein? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020